NEW macht das. Preistransparenz bei Grundstücks- und Haus- oder Wohnungskauf durch den Gutachterausschuss am Landratsamt. Unser Landkreis wächst kontinuierlich. Immer mehr Menschen wollen in Neustadt an der Wald nableben. Grundstücks- und Wohnungs- oder Hauskauf sind ein wichtiger Baustein dabei. Ein objektiver und transparenter Grundstückspreis ist da eine gute Verhandlungsbasis. Die ermittelt der Gutachterausschuss am Landratsamt Neustadt. Alle zwei Jahre ermittelt die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses aus allen Verkäufen der vergangenen 24 Monate den lagetypischen Durchschnittspreis für unbebaute Grundstücke. Das ergibt den Bodenrichtwert für mehr als 600 Zonen und verschiedene Nutzungen im gesamten Landkreis. Das ist natürlich viel Arbeit, aber gut für die Bürger. Denn auch innerhalb von NEW gibt es kleine und größere Preisunterschiede. Wenn Sie sich also für ein bestimmtes Grundstück interessieren, erhalten Sie für einen kleinen Betrag eine unabhängige schriftliche Auskunft zum Bodenrichtwert für unbebaute Grundstücke. Aus der anonymen Kaufpreissammlung können Interessierte auch eine Auskunft zum Kaufpreis von bebauten Grundstücken und Wohnungen erhalten. Ebenfalls gegen eine Gebühr pro Auskunft. Mit einem objektiven und unabhängig ermittelten Bodenrichtwert in einer bestimmten Gemeinde und einem bestimmten Gebiet können Sie so noch besser und sicherer planen. Sie möchten im Landkreis Neustadt an der Weidner bauen oder ein Grundstück kaufen? Dann unterstützen Sie unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer objektiven und neutralen Preisauskunft zu Ihrem Grundstück oder Haus. Mehr NEW-Perspektiven finden Sie auf www.neustadt.de. NEW macht das. NEW-Perspektiven für objektive und unabhängige Informationen zu unbebauten und bebauten Grundstücken. Mit dem Gutachterausschuss am Landratsamt Neustadt an der Weidner ab.